Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Python. So, heute werden wir gar nicht richtig programmieren, sondern eine wundervere Sache machen. Und zwar, wir wollen Python-Dateien in Excel-Dateien umwandeln. Und das tun wir mit Py2Exit, wer hätte es gedacht. Und zwar kriegen wir das von dieser Seite hier oben, pp.python.org. Ihr könnt selber lesen. Einfach mal danach googeln. Py2Exit ist das, was ihr wollt. Und dann werde ich hier früher oder später auf dieser Seite hier rauskommen. Von Py2Exit 0.9.2.0, das ist die aktuelle Version. Und ja, je nachdem, was ihr für ein Betriebssystem habt, dürft ihr das dann runterladen. Aber da ihr es in der Excel konvertieren wollt, nehme ich einfach mal an. Ihr habt Windows und wollt eure Python-Dateien endlich vernünftig ausführen können als Excel-Datei. So, dann scrollen wir einfach mal runter, bis wir hier bei diesen Files angekommen sind. Und hier finden wir folgendes. Win32 ist für die Leute, die ein 32-Bit-Betriebssystem haben. Und die meisten von euch werden wahrscheinlich Win64.exe brauchen für die Leute, die ein 64-Bit-Betriebssystem haben. Hier hinten steht übrigens, welche Version von Python unterstützt wird. Hier haben wir Any, das ist auch das Richtige. Wir haben aktuell bei mir Python 3.4 installiert. Ich weiß, aktuell ist auch schon Python 3.5 draußen. Aber das gibt relativ wenig Unterschiede nur. Und jetzt führen wir das einfach aus. Und ja, einmal durch die Installation und wir bekommen direkt den Fehler hier. Wir haben keine Python-Installation gefunden in der Registry. Deswegen müssen wir hier von Hand einen Python-Pfad einfügen. Und das ist wahrscheinlich der Punkt, an dem die meisten von euch aufgeben werden. Aber ich zeige euch natürlich, wie das funktioniert. So, also für die Leute, die jetzt hier keine Probleme hatten, die dürfen quasi schon eigentlich aufhören. Einfach fertig installieren und alles ist gut. Für die Leute, die Probleme hatten, ihr habt leider unnötigerweise diese Datei runtergeladen. Ich wollte nur zeigen, wie es auf die leichte Art und Weise funktioniert. Und zwar werden wir jetzt die sogenannte normale Art und Weise machen, nämlich das Ganze installieren über Pip. Okay, dazu brauchen wir eine Kommandozeile. Wie man die aufmacht, solltet ihr mittlerweile wissen. Ja, ganz normale Kommandozeile. Und jetzt geben wir ein py- und dann eure Version. Also bei mir aktuell 3.4. Dann "-m". Und schließlich brauchen wir noch, was wir installieren wollen. Und installieren tut man in Python über Pip. Also sagen wir hier, ups, jetzt bin ich wieder weg. Jetzt sagen wir hier, "-m pip und install pi2exe". Jetzt ist es bei mir logischerweise schon installiert. Wenn ihr Pip upgraden wollt, dann gebt ihr einfach dieses "-minus upgrade ein". Und ja, dann habt ihr automatisch Pip upgraden. Braucht man aber hierfür nicht. Normalerweise sollte das in Ordnung sein. So, und jetzt habt ihr Python oder pi2exe schon. Jetzt könnt ihr eigentlich alles damit machen, was ihr wollt. Aber ihr wisst noch nicht, wie. Und das zeige ich euch natürlich auch noch. Ist nicht allzu schwer. Dazu gehen wir einfach mal her und öffnen ein Directory, wo wir Python-Dateien drin haben, die wir umwandeln wollen. Das ist jetzt das, was ich schon alles mit euch gemacht habe. Hier machen wir einfach mal Shift-Rechtsklick und dann Eingabeaufforderung hier öffnen. Ihr könnt auch einfach hin navigieren, so wie ihr es braucht, aber so geht es schneller. Und dann sagen wir hier drin, wir wollen gerne dieses pi2exe aufrufen. Dazu sagen wir py wieder mal, wie immer. Minus 3.4, das ist auch wieder die Versionsnummer. Minus m, also welches Modul wir benutzen wollen. pi2exe. Und bei der pi2exe wollen wir speziell die Bildexe benutzen. Also Bild-Boden-Echse. Und hier hinten dran kommt der Name von dem Skript dann. Ihr könnt auch den Pfad von dem Skript komplett angeben. Und jetzt sagen wir hier, okay, was wollen wir denn? Wir wollen den Turtle-Test. Also Turtle-Test.py. So, und jetzt einfach Enter drücken und abwarten, bis es fertig ist. Hier heißt es Free Missing Modules, imported von bla bla bla. Das macht alles automatisch. Und dann seht ihr, dass ein Ordner dist erstellt wurde, der sozusagen eure Distribution enthält. Also aus dieser schönen 1-Kilobyte-Datei wurde jetzt ein Ordner mit 20 Megabyte. Aber das ist in Ordnung. Und jetzt haben wir hier unten eine Turtle-Test.exe. Wenn wir die ausführen, passiert folgendes. Wir sehen das, was ich euch gezeigt hatte mit den Turtle-Grafiken, wie man sowas wundervoll machen kann. Alles klar, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen. Und ihr wisst jetzt, wie ihr vernünftig Excel-Dateien erstellen könnt. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.